Die KGS ist für mich eine besondere Schule, vor allem wegen ihrer Lage. Also ich liebe das, dass wir den Wald vor der Tür haben, dass wir so viele Möglichkeiten haben auf unserem Schulgelände zu spielen. Schule gemeinsam leben, so heißt unser Leitbild und das ist spürbar in dieser Schule von morgens bis zum Nachmittag. Die Atmosphäre hier ist sehr, sehr angenehm, ist eine schöne Lernatmosphäre, weil man sich hier immer unterstützt fühlt. Ich mag das Schulmotto, das findet sich in so vielen Dingen wieder. Also wir leben Schule tatsächlich und lieben Schule auch an vieler Stelle. Ich liebe diese Schule für ganz viele Dinge, die sie bietet und das macht die KGS für mich zu einer besonderen Schule. Wir bieten hier an der Schule die Betreuung von 7 bis 16.15 Uhr an. Das ist für die arbeitenden Eltern unglaublich wichtig, denn ein Arbeitstag beginnt nicht um 8 Uhr. Es wird Hausaufgabenbetreuung natürlich angeboten, aber auch die AGs im Nachmittagsbereich sind wirklich kindgerecht und freizeitorientiert. Es gibt halt nichts, was nicht möglich und nicht machbar ist an dieser Schule. Das macht es besonders und dass man sich verstanden fühlt mit all seinen Ideen. Wir leben Schule gemeinsam und das tun wir. Wir leben Schule und wir arbeiten gerne hier mit den Kindern zusammen, mit den Kolleginnen, mit dem Schulpersonal zusammen und wir sind einfach eine gute Gemeinschaft. Ja, das war's. Das ging aber schneller, jetzt habe ich schon fast die halbe Frühstückpause verpasst. Ich denke, das ist keine Schmerz. Vielen Dank.